Johann Michael Rottmeier war ein Salzburger Barockmaler. Er gilt neben Martino Alto Monte als erster aus Mitteleuropa stammender Meister dieses Stils im heutigen Österreich. Leben Johann Michael Rottmeier war der Sohn des Organisten Friedrich Rottmeier und dessen Gattin Margareta Magdalene. Bei seiner Mutter erlernte er wahrscheinlich das Malerhandwerk und ging 1675 nach Venedig, wo er Schüler von Johann Karl Loth war. Dieser vermittelte ihm einen venezianischen-neapolitanischen Mischstiel. 1688 kehrte er über Passau zurück und ist 1689 in Salzburg nachweisbar, wo er Fürstbischöflicher Hofmaler wurde. Auch für die Grafen Altan war er tätig. In erster Ehe war er ab 1690 mit der Salzburgerin Helene Barbara Reichpeck verheiratet. 1696 übersiedelte Rottmeier von Salzburg nach Wien, wo er bis zu seinem Tode arbeitete. Er erhielt ein 1704 Dekasekunden Adelsprädikat von Rosenbrunn. Seit 1727 war er in zweiter Ehe mit Theresia Josefa Nasner verheiratet. Nach seinem Tode wurde Rottmeier im Wiener Stephensdom beigesetzt. Ehrungen 1894 wurde die Rottmeiergasse in Wien-Meitling nach dem Maler benannt und 1935 die gleichnamige Gasse in Salzburg-Süd. Nach ihm benannt sind heute auch die Rottmeierstraße und das Rottmeiergymnasium in seinem Geburtsort laufen an der Salzach. Bedeutung Johann Michael Rottmeier war der angesehenste, meistbeschäftigte und wohl auch bedeutendste Maler des beginnenden Barock im heutigen Österreich. Er war vor allem in Salzburg, in Wien und in niederösterreichischen Klöstern tätig. Rottmeier wurde zunehmend von Peter Paul Rubens beeinflusst und von Johann Bernhard Fischer von Erlach sehr geschätzt. Seine Fresken zeichnen sich durch expressive Erlebnishaftigkeit und eine klare Raumkonzeption aus. In seinem Spätwerk wird die Farbskala immer heller und kühler. Werke 1689 Salzburg Residenz Karabinieri-Saal Deckenfresko mit einer allegorischen Darstellung der vier Elemente 1690 Salzburg Winterreitschule Deckenfresko Türkenstärchen 1691 Abteikirche der Benediktiner Abtei Michael Beuern Altarbild Ostergeheimnis 1692 Salzburg Erhardkirche Hochaltarbild Um 1692 Susanna und die beiden alten Öl auf Leinwand 118 pro 169 cm Belvedere Wien 1693 Passau Dom St. Stephan Pauli Bekehrungsalter Bekehrung des Saulus 1695 Schloss Rhein-Offner-Di-Di-Kuppelfresko des Ahnensaals der Alt-Hans Erste Zusammenarbeit mit Johann Bernhard Fischer von Erlach 1695 Passau Dom St. Stephan Sebastian die Altar Die heilige Irene pflegt den heiligen Sebastian 1696 bis 1698 Kreuzigungsbild für einen Altar der Paulaner Kirche in Wien 1697 Salzburg Dreifaltigkeitskirche Kuppelfresko einer Marienkrönung Auffällig ist, dass kein Himmelsblau verwendet wird Auf die Illusion eines Freiraums wird verzichtet 1700 Verkündigung der Geburt Maria an Joachim und Anna und ein Bild für den Kreuzigungsalter in der Hietzinger Kirche in Wien 1703 Kuppelfresko der Jesuitenkirche in Breslau 1704 Enthauptung der heiligen Katharina in der Schlosskapelle von Schloss Marbach 1706 Palais Lichtenstein Fresken im Untergeschoss Vestibül, Salaterina, Sommerapartments und Treppenhäuser 1706 Kepheus und Prochris 1708 Johannes Altar im Stephensdom in Wien 1711 Salzburg Fresko in der Schöngalerie Hier wird ein illusionistischer Deckendurchbruch gemalt, allerdings wird eine Wolke über den Architekturrand gezogen 1711 bis 1712 Tod des Heiligen Josef in der Pfarrkirche Maria Hietzing in Wien 1714 Kuppelfresko der Peterskirche in Wien 1715 Altarbild am Franziskusaltar des Stephensdoms in Wien 1716 bis 1722 Freskenausstattung der Melker Stiftskirche Im Langhaus wird die Gurteinteilung der Kirche zur Gliederung der Fresken benutzt. Dargestellt wird eine Via Triumphalis des Benediktiner Ordens 1726 bis 1729 Kuppelfresko der Karlskirche in Wien mit Sujets zum Heiligen Carlo Borromeo 1729 Kurdeckenfresko der Stiftskirche Kloster Neuburg Aufnahme Mariens in den Himmel 1730 Kurdeckenfresko Hauptaltarbild Christus am Ölberg Seitenaltarbilder Stigmatisierung des Heiligen Franz von Assisi und des Heiligen Antonius Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf Daneben gibt es noch zahlreiche Altarbilder etwa in Heiligenkreuz oder Melk Ein Deckenfresko im Schloss Schönbrunn aus den 1710er Jahren das als eines seiner Hauptwerke gilt ging beim Umbau des Schlosses in den 1740er Jahren verloren 1. 2. 7. 15.